Wandern im Kobenausserwald. Munderfink liegt am Rande eines der größten geschlossenen Waldgebiete in Mitteleuropa, dem Kobenausserwald. Die Wanderwege im Kobenausserwald bieten einen einzigartigen Erholungsraum im Entdeckerviertel. Wenn Sie im Sommer gerne aktiv unterwegs sind, finden Sie hier zahlreiche angenehm schattige Wanderrouten. Auf Waldpfaden geht es zu den Windkraftanlagen oder zum sagenumwobenen Steinlabyrinth und in das mystische Teufeltal. Spannend ist vor allem auch der Themenweg Klima und Energie in Munderfink.